Die Regeln, nach denen wir zusammenleben, gehen alle etwas an. Und es liegt, denke ich, an uns, genau diese Regeln auch zu gestalten. Manchmal durch Gesetze, manchmal auch durch persönliches Verhalten. Wer zum Beispiel Biofleisch isst, der sorgt sich um eine artgerechte Haltung der Tiere. Wer Kleidung kauft aus nachhaltiger Produktion, sorgt sich um die Zukunft von Näherinnen und Nähern. Übrigens nicht nur in Bangladesch. Aber manchmal reicht eben dieses persönliche Verhalten nicht. Manchmal müssen wir Rahmenbedingungen ändern. Und das ist genau der Grund, weshalb ich für den Bayerischen Landtag kandidiere. Um genau diese Rahmenbedingungen zu ändern, die man nicht mehr persönlich ändern kann, sondern wofür wir neue Gesetze brauchen. Deswegen am 15. September mit beiden Stimmen grün.